Servus Leute und herzlich Willkommen mal wieder aus dem Nether nach ganz kurzer Zeit, eigentlich nur an der Welt, aber gut. Na gut, ich bin hier eben wieder im Tempel. Ihr seid beide in der Höhle inzwischen wieder, oder? Ich bin leider offline, weil ich ja auch Ausgang bin kurz, aber... Achso. Ja, das ist ja schnell behoben, sag ich jetzt mal. Ja, bin jetzt grad schon wieder drin. Ja, safe. Ja. Und ich wollte eben kurz gucken, ob mein Fifa Video online gegangen ist. So wie ich das wollte. Jo. Das nervt ja derbe. So, verschwindelava. Okay. Wie lange musst du denn gleich weg, weißt du das schon? Ne, leider noch nicht genau. Aber ich denke, das war heute Abend auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, wie lange kannst du heute Abend? Ich weiß nicht. Ich muss erstmal gucken. Boah, was ist denn das für ein Sound, Alter? Ich muss hier irgendwie mal raus oder so. Hier ist immer das gleiche. Ich hab das Gefühl, ich laufe grad voll im Kreis hier. So, jetzt ziehen wir das mal eben hier gescheiter hin, dann kann ich hier schneller switchen. Das ist so fähig. Das ist eins. Wenn das eins ist, können wir das mal machen. Ja. Wisst ihr, wisst ihr das, ob man durch Zäune durchschießen kann? Ne, kann man nicht. Man kann auch nicht durch Zäune schlagen. Gut, dann können die das auch nicht. Darum geht's mir gerade primär. Ich hör ne Spinne, ich weiß aber nicht woher. Aber ne Spinne bedeutet darauf hin, dass irgendwo hier noch ne Nebenhülle ist. So, einmal haben wir noch etwa getroffen. Oh kacke, ich will jetzt nicht das Viech treffen. Fuck. Na, aber die sind alle vollkommen feuerresistent, die Viecher hier. What? Ne, okay, das wird's doch ein bisschen umgehen. So, ich mach jetzt grad mal die Last-Theorie und wir mal hier durchbuddeln. Ja. Wie hoch bin ich denn? Alter, es sind noch zwei Viecher. Wann das? Wie hoch bin? Ah! Eine Bücher, glaub ich, sogar rein. Kuck hat sogar geholfen. Danke, sehr nett. Ah, nee, ist nicht schlecht. Dadurch fahr' mich hier grad Redstone wie es sonst war, ey. Es sind nur noch zwei, ich weiß es gar nicht. Oh, was hat der dabei? Das ist krass, der hat ne Schaufel dabei. Ja. Äh, scheiß Zombie. Und das ist dann ein Pfeil? Ja. Jawoll! Scheiße. Haha. Warum hat der jetzt nichts gedroppt, Mann? Ja, ich bin denn nicht da, ja. Geil, das ist nochmal korrekt. Ist aber nichts gedroppt, glaub ich, oder? Ich hatte vier Stacks-Fackeln dabei, ich hab jetzt fast keine mehr. Echt? Ja. Sag mal, der hätte auch ruhig was droppen können, ey. Ohne Scheiß. Wo denn? Ah, da unten, oder? Genau. Ich geh wieder hoch. Ja, wir kommen wieder hoch. Ja, wir kommen wieder hoch. Ah, deine Diamanten, ey. Endlich. Hast du wieder welche? Ah, mal wieder zwei. Hab ich ja schon mal mehr geguckt, ne? Weißt du, du denkst endlich Diamanten, ey. Weil du suchst ja noch und dann sind da echt nur zwei. Alter, diese Tempel sind so verwinkelt und eigentlich voll groß, ey. Oh fuck, 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 oh fuck. Sag mal, der Per wird jetzt wenigstens fucking Düt einmachen. Die kommen da oben. Watt, mach ich denn jetzt, wie mach ich denn dagegen? Jetzt kommen die immer von da oben runter. Dann rennen wir einfach mal durch. Ich glaube ehrlich gesagt, langsam ziehe ich mich hier aus dem Tempel zurück. Im Moment, da hinten war noch einer. Okay, lass den Creeper. Damit sich das Leben schön wieder auflädt. Hier ist keiner. Kann man es vorne kaputt machen? Ja, klar. Aber die kann man nicht mitnehmen, ne? Nee, wäre zu einfach. Aber das soll so im Gespräch sein, dass du irgendwann mal das verzaubern kannst. Aber irgendwann mal mit Level irgendwas. Und dann kannst du die mitnehmen. Aber ob das irgendwann mal so sein wird. Ich meine, das soll nur ein Gerücht sein. Ob das jetzt wirklich nötig machen wird, ist natürlich... Nochmal dahingestellt. Ja. Ey, das hasse ich mal. Ohne Witz, diese Blaze, diese, keine Ahnung, wie die Viecher heißen. Blaze heißen einfach, ne? Ja, Blaze, Wett oder so. Die ist eigentlich gar nicht so schwer. Aber die spawnen immer zu zweit. Die zweite ist dann doch ein bisschen hart. Ne, zwei sind doch zu viele. Das muss ich jetzt nicht riskieren. Vor allem, ich will jetzt echt nicht verrecken hier noch. Muss nicht sein, muss nicht sein. Nochmal eben hier hinten nach. War noch auch, weil zu schlecht ist da jetzt nur einer. Also erst essen. Ich habe auch natürlich null Rüstung dabei. Was doof. Ja. So, jetzt müssen wir, sag ich mal, Spockenbach. Oder nicht? Wo bin ich denn hier? Alter, das ist so verwinkelt. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Wer war ich hier schon? Wo bist du? Du, Missgeburt. Nein, 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 nein. Egal, ich blinder jetzt nochmal ein bisschen in den Tempel hier. Schade, aber ich meine, ich weiß gar nicht ob man im Nether noch irgendwas ist, mit Nether Barzen findet man natürlich halt hier noch gut, die sind wichtig. Für die brauchen wir übrigens auch Soul Sand fällt mir grad auf, um die zu farmen. Aber sonst braucht man Soul Sand echt nie. Ja, das stimmt ja, das ist echt auch wieder so eine Sache, wo man denkt, warum ey. Eigentlich auch wie bei Gold, aber bei Gold haben seid ihr so gemacht, dass du halt mit den Korotten und so anmelden kannst. Ja. Geht ja inzwischen. Ich finde aber auch, man sollte mit den, ähm, mit den, mit den, wie heißen die Typen? Diese Bauern halt oder normalen DOS. NPCs. Genau. Mit den Typen halt. Sollte man mit mehr handeln können als mit Emeralds, finde ich persönlich. Ne, ich hab noch keinen gefunden. Weil wer gibt denn bitte einen Emerald für irgendwie zwölf, zwölf Fleisch aus? Das macht doch keiner, oder? Ne, eigentlich nicht. Also, keine Ahnung, verstehe ich jetzt nicht genau, warum man... Obwohl, so Smaragda, die haben für mich auch noch überhaupt gar keinen Wert. Ja, ne, Sammlerwert würde ich da behaupten, so ungefähr. Ja, aber sonst... Ja, sonst null. Das gebe ich auch zu. Aber, keine Ahnung. Ich würd's ehrlich gesagt nicht gegen zwölf Fleisch tauschen. Ne. Andersrum gerne. Ne. 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 Neun Blöcke. Äh, neun... Einen Block... Einen Stack Blöcke. Meine Fresse. So, jetzt sind wir auch mal oben hier. Ach, da oben ist ein Creeper. Boah, geil, den schieß ich ab. Der haben wir schon wieder bombardiert, ey, ohne Scheiß. Egal, ich würd's sagen, ich zieh mich mal langsam aber mal zurück. Nach Hause, weil... Ich hab ehrlich gesagt, keinen Bock mehr hier auf Nether. Ja. Und hier hab ich jetzt auch nichts cooles gefunden. Und nichts so mega cooles. Insofern... Äh... Ich glaub gar nicht, wohin ich muss, genau. Ich glaub aber auch in die Richtung. Hauptsache weg von dem Gast. Ach, da zieht mal! Ich will versprechen das. So. Ach, da geht's noch weiter? Egal, Leute, da geht's noch weiter. Vielleicht finden wir da noch was. Ich würd's sagen, das war's dann aber erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielleicht finden wir beim nächsten Mal noch hier irgendwas geiles im... Tempel. Das gehört auch noch dazu. Das ist voll riesig. Egal, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss! Tschüss!